So, hier sind wir im Hauptrestaurant, wo gleichzeitig auch fürs Frühstück serviert wird, im Tour Beach Resort von Beach Campe auf Mauritius. Abends ist es Buffet-Restaurant und tagsüber bzw. frühs gibt es hier dann das Frühstück, auch vom Buffet. Ist alles sehr, sehr schön eingedeckt und da zeige ich euch jetzt gleich dann das Buffet.